Herzlich willkommen! Ich bin so froh, dass du hier bist. Mein Name ist Darius und ich werde heute mit Ihnen beten. In Fülle zu leben ist möglich. Eine positive Einstellung lässt dich im Einklang mit der magnetischen Energie des Geldes vibrieren. Um erwartetes und unerwartetes Geld in dein Leben kommen und fließen zu lassen, musst du dich damit wieder verbinden und auf derselben Frequenz vibrieren. Pflege eine freundliche Beziehung und kommuniziere harmonisch mit Geld. Erlaube Geld, mit Freude und Dankbarkeit dauerhaft in dein Leben zu fließen und zu zirkulieren. Geld erreicht deine Hände, fließt und zirkuliert in deiner Umgebung. Mit einem positiven Geist, der in Fülle vibriert, fühle dich bewusst reich. Erlaube und akzeptiere, dass Geld in unserem Leben zirkuliert. Eröffnungsgebet Ich übergebe diese Übung in deine Hände, mit der Sicherheit, dass sie die Kanäle aktivieren wird, die von der Fülle des Geldes gesegnet sind. Bring Freude, Liebe, Wohlbefinden und Erfolg in perfektem Frieden für jeden um mich herum, einschließlich mir selbstständig. Mit Glauben und Überzeugung, unter Gnade und auf perfekte Weise. Amen Sage jetzt diese drei Worte Ich bin Wohlstand Wenn du diese Worte jeden Tag sagst, vibrierst du im Einklang mit der Fülle des Universums. Sage es noch einmal Ich bin Wohlstand Fühle es mit unerschütterlichem Glauben Die Größe des Universums Die Liebe, die dich umgibt Glück Wohlbefinden Verdienst und Dankbarkeit Übe diese Affirmationen mit Glauben und Überzeugung Ich wurde geboren, um reich zu sein Ich bin würdig meines wachsenden Wohlstands Geld fließt aus vielen Quellen in mein Leben Ich bin im Einklang mit dem Fluss der Fülle Ich entwickle eine mächtige Wohlstandsmentalität Ich liebe es, über die spirituellen und von Menschen gemachten Gesetze des Geldes zu lernen Ich bin ein Magnet für Geld Ich denke nur positive Gedanken über Geld Geld kommt leicht zu mir Ich lasse leicht alle begrenzenden Überzeugungen über Geld los Ich vergebe mir für meine alten Ideen über Geld Die mich früher zurückgehalten haben Ich habe oft erstaunliche Ideen, um meinen Wohlstand zu steigern Geld liebt es, ein Teil meines Lebens zu sein Ich schaffe massive Werte in der Welt Ich liebe, was ich tue Ich schwinge in perfekter Harmonie mit dem massiven Wohlstand, den ich in mein Leben ziehe Ich bin auf der Frequenz der Fülle ausgerichtet Mein Geist ist ein Magnet, der jeden Tag mehr und mehr Geld in mein Leben zieht Mit einem großen Lächeln im Gesicht denke ich an all die wunderbaren Wege, auf die meine Wohlstandsmentalität mich reich macht Und sage aufrichtig Danke Geben Sie Amen ein, wenn Sie an Wunder glauben Sehen Sie sich diese wichtige Nachricht jetzt an Ich bin auf der Frequenz der Fülle ausgerichtet Ich bin auf der Frequenz der Fülle ausgerichtet Untertitelung des ZDF, 2020